Mach auf, Dani. Ich habe einen neuen Freund. Ist er echt oder erfunden? 28 Tage. Ich habe ihn erfunden. 6 Stunden, 42 Minuten, 12 Sekunden. Glaubst du an Zeitreisen? Ich will euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Eine entsetzlich traurige Geschichte von einem jungen Mann, dessen Leben komplett zerstört wurde durch diese Mechanismen der Angst. Wach auf, Dani. Okay, erzähl aber auch, warum du deine Tabletten nicht mehr nehmen willst. Glaubst du an Zeitreisen? Wach auf, Dani. Wach auf, Dani. Wach auf, Dani. Wach auf, Dani. Vielen Dank.